Heute schauen wir uns an, welche verschiedene Laufstile es gibt und ich habe drei Übungen dazu mitgebracht, um den Laufstil zu optimieren. Wir unterscheiden zwischen drei verschiedenen Laufstilen. Es gibt den Vorfußlauf, es gibt den Fersenlauf und es gibt den Mittelfußlauf. Der Vorfußlauf ist sicherlich der sportlichste Laufstil, wo der Läufer nur am vorderen Teil des Fußes aufkommt. Den würde ich auch wirklich nur für ambitionierte Läufer und Profiläufer empfehlen. Der Fersenlauf ist der gängigste Laufstil, aber wahrscheinlich auch der unökonomischste Laufstil, weil da bremst du mit jedem Schritt seine aufgebaute Energie wieder ab. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht so schon für den Bewegungsapparat. Dann gibt es noch den Mittelfußlauf. Da kommt man primär am mittleren Teil des Fußes auf. Wenn man die Lauftechnik beherrscht, kommt man in eine super gute Vorwärtsbewegung. Für die Lauftechnik braucht es aber auch eine sehr zentrale und stabile Körperposition und da habe ich euch heute drei Übungen mitgebracht. Beim Mittelfußlauf ist die Wadenmuskulatur sehr stark gefordert und da habe ich euch heute die Übung den Wadenheber mitgebracht. Mit der Übung kann ich die Wadenmuskulatur stärken. Dann habe ich euch noch die Übung Beckenheben oder Brücken mitgebracht. Mit der Übung stärke ich den Gluteus oder den Popsch und die Oberschenkelrückseite. Das ist ganz wichtig, um eine zentrale Position beim Laufen einnehmen zu können. Dann habe ich noch die Übung den Einbeinstand mitgebracht. Das sorgt für ein stabiles Becken und eine super Gleichgewichtsübung ist es auch noch. Das sorgt für ein stabiles Beckenheber mitgebracht. Das sorgfalt. Das ist die Beckenheber mitgebracht.